Herzlich willkommen zur vierten Lektion des IMUX-Kurses Programmieren lernen mit Python – Objektorientierte Programmierung. In dieser Episode sehen wir uns das Thema Vererbung und Polymorphismus an. Zu diesem Zweck habe ich einige Code-Snippets vorbereitet. Beginnen wir direkt mit der Vererbung. Zunächst eine kurze Wiederholung der Theorie von Lektion 1. Vererbung ist eines der Grundprinzipien der objektorientierten Programmierung. Wir können von bestehenden Klassen, den sogenannten Basisklassen, ableiten und so Methoden und Attribute in spezielleren Klassen, Kingklassen genannt, wiederverwenden. Das reduziert den benötigten Code und erleichtert die Wartung. Sehen wir uns zunächst ein Code-Beispiel ohne Vererbung an. Wir haben hier drei Klassen geschrieben, die jeweils ein Tier repräsentieren und im Grunde die gleiche Funktionalität haben. Sie unterscheiden sich also kaum, jedoch müssen die Methoden in allen Klassen definiert sein, um sie verwenden zu können. Das bedeutet, dass wir ohne Vererbung den gleichen Code dreimal schreiben müssen. Wenn wir diesen Gedanken weiter verfolgen, müssen wir den Code für jede weitere Spezies duplizieren und würden so riesige Mengen an Klassen erzeugen. Sollten wir dann später merken, dass wir zum Beispiel die Parameterliste der Methoden erweitern wollen, hätten wir erheblichen Aufwand und das in allen Klassen zu bewerkstelligen. Gut, dass es das Konzept der Vererbung gibt. Wir haben jetzt also mehrere Tierklassen, deren Methoden und Attribute sehr ähnlich sind. Daher macht es Sinn, dass wir eine Klasse Animal definieren, die die grundlegenden Attribute und Methoden besitzt. Somit sind wir in der Lage, diese als Elternklasse für die Klassen Dog, Duck und Biber zu definieren. Die drei Tierklassen sind jetzt also von der Animal-Klasse abgeleitet und wir können sie als Kindklassen bezeichnen. Sehen wir uns an, wie das Ganze in Code-Form aussieht. Wir haben hier die Klasse Animal definiert und sie enthält die Attribute Name und Alter. Sie stellt auch Methoden bereit, um die Attribute auszugeben, das Tier etwas fressen zu lassen und so weiter. Im Grunde sind alle Attribute und Methoden definiert, die wir in unseren spezielleren Klassen benötigen und somit ist diese Klasse bereit, vererbt zu werden. Sehen wir uns direkt die Kinderklassen an. Wie wir sehen, verwenden die neuen Kinderklassen nun erheblich weniger Code als zuvor. Kommen wir nun zur Umsetzung in beiden. Wenn wir wollen, dass unsere Klassen von einer anderen erbt, müssen wir die gewünschte Elternklasse in Klammern neben die Klassendefinition schreiben. Wir erhalten dann Zugriff auf jegliche Methoden und Attribute der Klasse. Damit das Ganze auch funktioniert, muss in jeder Kindklasse ein Konstruktor definiert werden. In den meisten Fällen reicht es aus, den Konstruktor der Elternklasse aufzurufen. Dazu verwenden wir die Funktion Super, um auf die Elternklasse zuzugreifen und rufen dann den Konstruktor davon auf. Auch Polymorphismus kommt in diesem Beispiel schon vor. Polymorphismus bedeutet, dass etwas in vielen Formen vorkommen kann. In unserem Beispiel ist das die Methode SayHello, die polymorph ist. Alle Tierklassen, die wir definiert haben, verwenden die gleiche Funktionssignatur. Jedoch ist das Ergebnis bzw. der Code für alle verschieden. Man spricht hier von dem sogenannten Method Overriding, also dem Überschreiben einer Methode der Elternklasse. Dieses Konzept erlaubt es uns, die Methoden in den Kinderklassen unseren Bedürfnissen anzupassen. Manchmal wollen wir die Funktion aber nicht komplett überschreiben, sondern eher etwas an die ursprüngliche Funktion anhängen. Dazu verwenden wir wieder die Funktion Super, um die Elternform der Funktion aufzurufen und danach erweitern wir die Methode beliebig. Kommen wir zu guter Letzt zur Instanzierung unserer Tierklassen. Wenn wir uns jetzt diese ansehen, erkennen wir, dass wir die Methoden der Elternklasse auch verwenden können, ohne dass wir sie in der Kindklasse definiert haben. Wir sehen, dass die Ausgaben entsprechend der überschriebenen Methoden erfolgen. Sehen wir uns als nächstes die Mehrfachvererbung an. In beiden ist auch Mehrfachvererbung möglich. Das bedeutet, dass eine Kindklasse mehrere Elternklassen besitzen kann. Der Vorteil davon ist es, dass wir mehr Funktionalität übernehmen können, was jedoch einige Probleme mit sich bringen kann, wie zum Beispiel das Diamantenproblem. Hier wird die Mehrdeutigkeit zum Problem, wenn man von zwei Klassen ableitet, die wiederum die gleiche Elternklasse haben. Des Weiteren können Hierarchien schnell unnössichtig werden und Klassen sich aufblasen, da immer sämtliche Logik vererbt wird. Sehen wir uns kurz ein Code-Beispiel zur Mehrfachvererbung an, bevor wir zum letzten Thema übergehen. Wir haben zwei Tiere, Dark und Beaver, die als Elternklasse Animal verwenden. Wir wollen nun eine Kinderklasse erschaffen, die von den beiden ableitet. Dafür müssen wir lediglich beide Klassen zur Definition unserer Platibus, also Schnabeltierklasse, hinzufügen. Und wir sind fertig. Das Schnabeltier ist jetzt in der Lage zu schwimmen und kann klopfen. Hier sehen wir auch ein Problem mit der Eindeutigkeit. Wir müssen für unsere SayHello-Methode explizit festlegen, von welcher Klasse wir erben wollen. Andernfalls wäre die Ausgabe abhängig von der Reihenfolge der vererbenden Klassen bei der Klassendefinition. Auch eine Eigenart von beiden, wir müssen der Super-Methode als Argument die Klasse übergeben, von der wir nicht erben wollen. In der Ausgabe sehen wir dann das Ergebnis. Das bringt uns zum Ende unseres vierten und letzten Lernabschnitts. Wir haben uns tiefer in die Konzepte der Vererbung und Polymorphismus eingearbeitet und ihre Vorteile erörtert. Außerdem haben wir das Thema Mehrfachvererbung betrachtet und mögliche Nachteile aufgezeigt. Mit diesem Abschnitt endet unser Kurs Programmieren lernen in Python objektorientierte Programmierung. Wir hoffen, dass wir euch das Thema bei der objektorientierten Programmierung näher bringen konnten und wünschen euch viel Erfolg beim Weiterlernen von Python.